Ein gutes Frühstück am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und den Hunger. Dafür brauchen wir Haferflocken, eine Banane, ein Ei, Joghurt, brauner Zucker, Zimt und ein kleiner Schuss Vanillextrakt. Vermischen es miteinander. Braten unser Haferflocken-Rührei auf mittlerer Stufe. Und wenn es eine leichte Bräune angenommen hat, zerkleinern wir es. Braten noch ein paar Bananenstücke an. In unserer Frühstücksbowl kommt Skür oder Joghurt. Unser Haferflocken-Rührei, Erdbeeren, Eidelbeeren. Die gebraten werden Bananenstückchen, Honig und Kokosrasflogen.